Jo, hi. Ähm, ich hab hier unterwegs was gefunden. Ja, ich kann mich auch noch grob daran erinnern. So, wir gehen einfach mal hin. Da ist eine fremde Person. Hi. Der verrückte Prediger. Das ist eine fremde Person. Keine, Freund. Keine. Ich weiß, dass du es möchtest. Ich kann es auf dich schlafen. Na gut. Es ist nicht passiert. Nein, 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 nein. Es ist nicht. Das ist warum, das ist warum ich hier raus, weit weg von uns. Nein, nein, nein. Sie kommen von mir. Aber ich bin... Ich schlafe nie. 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 Okay. Und da hat er sein, sein Lager. Ja. Ja. Aber machen kann man eigentlich nix, außer sich nochmal anhören, den verrückten Prediger ähm, ja jetzt legt er sich hin, schläft aber ja nie, ihr an Hoax A Creek direkt bei Strawberry findet ihr ihn ja gut also nichts besonderes, aber ja, man kann hier nur Beine gehen und sein Gequatsch anhören bis dann, ciao okay, hier am Wegesrand haben wir was gefunden ein verrückter Prediger ich bin so much pain he won't send me the message he won't I been here for for years and nothing nothing are you the signal I I don't think so how do you know how do I know how do I know I know yeah he Ja, okay, bis auf der Schwätz hier passiert und nicht will, da legt er sich hin und pennt. Jo. Ne, jetzt kann man nix mehr, kann man nix machen. Jo, okay. Ciao.